Heros LP ist wieder am Start und begrüßt euch zu ner Runde, zu der ersten Runde, Aura auf meinem Kanal und mit dabei ist die liebe Kartoffel, sag hallo Kartoffel, hallo Kartoffel, oh du bist so ein Fisch, eigentlich bist du ne Kartoffel, aber ich glaube ich hab ihn, hab ich ihn? Nein, er läuft da drauf rum Ich hab einen Das war ganz easy, jawoll, da ist der Ton Oh, er tötet Ah, wow Das war nicht mehr wert Nicht mehr wert Ich hab jemanden getötet Ich bin nicht, ne? Jo, du fliegst aber trotzdem weg Ich hab auch jemanden getötet, übrigens, nur damit du es weißt 2 Ja Wir machen jetzt einfach mal, wer mehr Kills macht Bist du tot? Bist du tot? Nein, du bist auf keinen Fall tot, du wirfst viel zu viel Perlen Jetzt stirb doch mal, Mann Oh Gott Ah, der ist wieder nicht tot Ja gut Doch, ich hab jetzt, ich hab einen zweiten Kill gemacht 2-2, ne? Ja Ja So, wir spielen auch gegeneinander, ne? Ja, klar, aber erstmal nicht Hä? Hä? Häkker Ja, nein, ich fack manchmal nur Was willst du eigentlich? Was willst du denn? Okay, lass das final Nein Und den hab ich übrigens getötet Der geht mit, okay? Ja Ja Da hab ich untergestanden und er hat so viele in der Pellen ist denn Oder geht der nicht mit? Nein Nur wenn es im Chat steht Okay Pack alle hin, pack die Dings dahin Pack, pack Spinnweben dahin Der soll ja nicht mehr rauskommen Oh, jetzt ist er da rausgekommen Ja, das juckt mich nicht, ich will ihn töten Jetzt pack da Spinnweben rein Ich will ihn töten, nur nicht Ah, okay, okay, okay Ich lass euch beide mal machen Gigi Nein Jawohl, aber jetzt hier Oh, ich bin in der Wand gebackt Nein, ich lebe noch Lebst du denn auch noch? Wie sah es denn? Ja Okay, das ist der entscheidende Kill übrigens, ne? Oh mein Gott Nein, unser geht doch auch noch mit dem Pumpkopf Ja, ich... Bin ich, bin ich, bin ich? Ja Nein, bin ich nicht? Nice! Okay Okay, ich lass euch beide mal tun und regge ein bisschen Oh Gott, was ist denn das? Der ist tot Nein, ich sterbe Ich bin tot Bist du behindert, du bist nicht tot Jetzt aber Jetzt aber Ja, sehe ich Ja, sehe ich Hallo, mein Leben Ja, nein Nein Shit Das ist auch echt schlecht Oh Gott, ich muss regnen Ich muss ganz dringend regnen Wohin läufst du? Oh Oh Shit, oh Shit Nein Finale Oh, der Typ ist ja übrigens tot und hast du ihn getötet? Ja, okay. Ich muss dich jetzt töten für einen Ausgleich. Du hast auch gewonnen, weil du die Runde gewonnen hast. Ja. Der Rundensieg kriegt auch einen Punkt mehr. Okay. Erstmal schön was essen, bis du erstmal kommst. Oh Gott. Wo ist er denn? Wo bist du? An der Webtypes. Wieso? Dann auf der anderen Seite. Red GG für dich. Warum? Angelcombo. Da hat er mir die Combo doch noch eingedrückt. Oh mein Gott. Shit. Oh, ich bin tot halt bis jetzt. Ja, klar. Lügen kannst du alleine. Wohin läufst du? Ich bin immer noch hier oben. Ach nee. Aber ich hab keine Händenperlen mehr. Ja. Sieht wie? Ich hab keine Perlen mehr. Leute, wir sehen uns gleich in der zweiten Runde, wenn wir wieder gegeneinander kämpfen. Bis gleich. Zweite Runde. Wir sind wieder dabei. Und ja, was ich auf dieser Map immer gerne mache, ich werde mich hier erstmal hochbauen. Äh, nicht hochbauen, sondern hochgehen. Von oben werde ich dann erstmal schön die Creeper gleich wegschlagen. Oh, ich bin schon tot. Was? Du bist nicht tot. Oh, ich bin auch am Anfang runtergefallen. Das ist mein Ende. Nicht ernsthaft jetzt, oder? Doch. Ja, dann kann ich ja eigentlich nur gewinnen, wenn ich einen Kill mache. Wenn ich einen Kill mache, bist du tot. Ich spektate dich. Nein, du bist noch mit drin. Nein, ich bin tot. Nein. Oh, Creeper. Du bist nicht tot. Das würde ich sehen. So. Wer hat mein Killmann? Ich habe ein Kill, jawoll. You are it set. Wo ist denn der zweite Kill? Ich will den Wing hören. Ich weiß, ich habe noch gar... Wing, jawoll. Ich habe noch gar keinen Kill. Tadam. Ich glaube, diese Runde geht wieder an dich, mein Lieber. Oh, ich habe einen Kill. Scheiße, Scheiße, ich habe gehört. Oh, mein Gott, dieser Noob hier. Er teleportiert sich einfach immer weg, wie man zu ihm geht. 2 zu 1 würde ich, mein Lieber. Guck mal, ich habe einen Kill, Alter, wieder 7. 7 habe ich doch gekillt. Aber da bist du nicht schon, bochtet. Was schadigt? Oh, mein Gott, der ist nicht... Nein! Nein, 3 zu 1. Shit happens. Scheiße. Oh, mein Gott. Hör doch auf, Mann. Ich sterbe hier gleich. Oh, Gott. Wie geht es hier denn jetzt nochmal hoch? Nein! Wie geht es hier hoch? Ah, da. Yes. Ja, mein Lieber. Oh, mein Gott, habe ich mich erschrockt, Mann. Ich habe schön unten gekleidet. Was soll denn das? Ich weiß jetzt ehrlich nicht, wie ich hier noch hochkommen soll. Ich will jetzt endlich wieder Kills machen. 3 zu 1, ne? Ja, deswegen ja. Oder, alter Freund hier. 3 zu 1? Ja, ich habe doch 3 Kills. Ich will jetzt schlau kommen. Ich bin tot. Yes! Herbert, von ihm? Ich habe dich getötet. Ich habe dich weggeschlagen. Ich töte mich selber. Yes! Yes! Es steht 4 zu 1. Mal sehen, ob du das aufholst. Ich habe noch 3 Leute. Äh, 4 zu 2. Meine Enderperle ist nicht angekommen. Er hat gesagt, es ging so runterfallend im Block gefallen. Und dadurch kann ich mich nicht retten. Ich sehe die anderen Leute, aber auch da oben. 4 zu 1, ne? 4 zu 2. Ja, ja. Du musst jetzt ein Kill noch machen und dann noch gewinnt. Oh, hä? Okay. Der Sieg ist ja ein Punkt. Ja. Alter, du warst so ein Abstauberner, mein Gott. Er hat mir von hinten gekocht. Wo sind die Leute denn jetzt? Ich sehe die gar nicht mehr. Das bringt den nicht mich ein. Oh doch. Das bringt ihm viel. Shit. Jetzt greif schon an, du Pussy. Hey, ihr seid zu zweit. Du musst jetzt den Kill machen und gewinnt. Ja, hier. Dann haben wir unentschieden. Und dann muss noch eine Entscheidung finden. Oh, shit. Er hat schneller reagiert als ich. Ja, GG. Bitte, 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 bitte. Ah, ja, schon. Nichts. Nein, 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 nein. Ich verbrenne doch jetzt nicht wirklich, oder? Nein, nein, bitte, bitte, bitte. Der Savino. Komm, komm, komm. Yes. Ich muss jetzt kurz wecken. Herr 1,5. Wo ist er denn? Ach, da. Spring. Ich hab wohl jetzt noch Varo und du wolltest gleich eine Runde Revo da gespülen. Können wir gleich machen, aber er verbrennt schon wieder. Ja, er verbrennt sich schon, aber ehrlich. Du sagst, er fällt sich zu gefickt. Ich weiß, aber er auch. Yes. Habe ich ihn? Nein, er ist nicht tot. Er lebt noch. Yes, bitte, bitte, bitte. Nein. Nein, ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. GG. Yes. Oh, ja. Ja. Das ist eine entscheidungsrunde. Eine dritte Runde muss. Leute, wir sehen uns in der dritten Runde. Bis gleich. Ciao, ciao. Ja. Okay, alle guten Dinge sind... Oh nein, ich hasse diese Map. Ich hasse sie. Alle guten Dinge sind drei, aber wahrscheinlich für die Kartoffel, ich hasse diese Map einfach so sehr. Ach ja, du bist so schlecht, weil du... Ach ja, übrigens, diese Map von unten sieht sie aus wie Zelda. Da wurde Zelda unten reingebaut. Habe ich dich getroffen? Okay, bei mir lebt es ein bisschen. Aber ein. Okay. Stirb doch, wo bist du hin? Ich? Er hat sich gerettet. Jetzt stirb doch mal, du. Hast du wieder einen Schlag von hinten bekommen? Du auch, ne? Sorry. Oh Leute, Varro ist heute übrigens rausgekommen, ne? Für die Leute, die es noch nicht gecheckt haben. Schaut euch das unbedingt an. Äh, sag mal, ich hab nicht gewonnen. Wir haben was tot. Was? Nein. Oh, mein Herz. Nein! Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Dann hab ich schon gewonnen. Nein! Nein! Wir kommen von dir! Nein! Oh mein Gott. Aber Leute, guckt euch das mal an, hier. Da, Zelda. Für die, die es noch nicht wussten, ein kleines Easter Egg auf dieser Map. Was? Scheiße. Oh, ich bin tot. Ernsthaft? Ja, ich bin tot. Oh, sag ich schon. Oh, lol. Das ist die letzte Enderfall. Was soll deinem Eis zu tun? Zwei Kids, bro? Ja, scheiße. Ich glaube, ich hab gar keinen gemacht, oder? Ne, damit hab ich eigentlich schon gewonnen. Ja. Genau, das war das Schlimmste, was ihm passieren hätte ich könnte. Ja, von dir getötet zu werden, direkt am Anfang. Fuck. Oh, maaannnnn. Aber ich muss sagen, die ersten beiden Runden waren eigentlich richtig spannend. Zwischen uns beiden, jedes Mal der Fight. Außer in der zweiten, da bist du einfach so verreckt. Verreckt hab ich den Screenshot gemacht. Shit. Ja, na gut, Leute. Wir sehen uns dann. Nein, nein, warte. Ich will noch was für die Runde zeigen. Ja, aber das trinkt doch nichts mehr. Du hast doch sowieso gewonnen und ich hab da keinen Bock mehr dran. Nein, egal. Wir gucken das jetzt noch zu Ende. Für der Typ da oben einfach. Ja. Ja, gut. Ja, das ist mein Kill hier. Also, drei Kills. Ich will ja nicht pushen. Gut, Leute. Das war's dann. Die Kartoffel hat mich mal wieder besiegt. Ihr habt wieder aus mir Kartoffelsalat gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Achso, willst du noch was sagen? Ja, schaut alle auf meinem Kanal vorbei. Was ist Kanal, ist scheiße.